Mein lieben Geisterjäger, ihr könnt das lesen, euer Spielkind. Ich schnappe gleich Schleim, pass mal auf, wir laden Kontrollpunkt neu. Das ist jetzt eine wirklich fiese Aktion, also dieses ganze Ding ist echt gemein. Wir kommen auch immer wieder hier raus, wir müssen uns leider auch sehr viel Gelaber nochmal neu anhören. Und ich denke, ich werde das ein oder andere mal fehlen. Das wird nicht ausbleiben, ich gebe alles. Ich gehe schon mal auf den Schleimschnapper, weil den brauchen wir tatsächlich gleich. Aber es ist, PKI-Meter brauche ich aktuell nicht. Ja, ja, Kumpel. Wir haben alles versucht. Das Metall ist psychonisch aufgeladen und dadurch nahezu unzerstörbar. Das Problem ist, die Fliege ist gleich in den Sinn. Eine so extreme Situation könnte es vielleicht beschädigen, aber ich glaube nicht, dass wir es mit unseren Mitteln anpflanzen können. Und was ist unser Plan? Ray, ihr beide seht dort nach. Ich glaube, ich habe hier was Merkwürdiges. Was meinst du dazu? Ein unzerstörbares Tor an einem beschädigten Rahmen. Ein paar dicke Treffer und die Scharniere könnten sich lösen. Ein zieg auf kleinen Stein. Auf 12 Uhr hoch. Oh, du hättest das nicht ein bisschen eher sagen können, du kleiner Penner. Das darf ja nicht wahr sein. Wir sind zurückgeschützt. Unsere Energie-Strahlen beschädigt. Peter, gib einem einen Tritt. Wir können nur versuchen, am Leben zu verändern. Wir können nur versuchen, am Leben zu verändern. Wir können nur versuchen, am Leben zu verändern. Das ist einfach so krass. Sie müssen vor allem auch die Portale wieder dicht machen. Wenn Peter weg ist, dann haben wir echt ein Problem. Bricht das Friedhofstor ein? Ja, ich gebe alles, bin nicht ehrlich. Moment, wo ist das? Ich glaube, ich müsste irgendwie ans Tor ballern. Weil wir müssen ja auch irgendwie versichern, zusammenzubringen. rechts, rechts, links, überall, Kollegen, die sind überall. Naja, ich glaube, mit dem grünen Fall, ich komme hier am besten, warum man nicht so viel umzuschalten auf den Schleimknapper. Da habe ich noch ein gesehen. Hallo, 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 gehst du mal weg? Wieso treffe ich den Penner nicht? Ray, Ray, ich habe Aua, ich habe Aua, ein großes Aua. Das war ein großes Aua. So, Moment, boah, man kann vor allem irgendwie gar nicht groß übersehen. Ich habe alles, was ich gesagt habe, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es überhaupt nicht so gemeint. Ich bin ein großer Fan von dir, aber jetzt wird es irgendwie echt ein bisschen. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, okay. Aber wenn der jetzt nicht weg ist, dann ist es vorbei. Komm hier, aufhelfen. Ja, pass mal auf, das probiere ich ja, das probiere ich. Aber ich komme gar nicht dazu, das ist so, Ray, bitte, Ray, Ray. Ray, 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 Ricks. So, ich glaube, wir können die miteinander verknoten. Ja, pass mal, Sinn. Boah, was. Äh, Moment. Passieren. Eine vollständige kleine Scan. Scan, ich habe jetzt hier keine Zeit für Scan. Pass mal auf diese Scan, scheiße, könnt ihr euch, ne? Okay, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn die miteinander verknoten sind. Äh, äh, komm hier. Äh, 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 äh. Hat das nicht geklappt, was nicht gesagt? Er ist auch schon wieder kurz davor, äh, exodus zu sein. moment hier ganz oben ganz oben ganz umgesucht ja der neuling hat er was ihr neuling auf dem boden hallo danke danke genau diese verdammten grab scheine auch hier geht weg du kleiner penner wo das ist dass das ist so höllisch schwer von das ist unglaublich ich hab mir mein fingernagel gebrochen bitte 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 okay das ist das das von das tut mir leid das werden wir leider öfter sehen weil das ding ist so höllisch schwer das soll jetzt wirklich die letzte große sagen wir mal hardcore prüfung vor dem finale das tut mir echt total leid aber ich weiß nicht was ich da machen soll es kommen die grab seine unterkommen die typen die typen schießen das ist die volle hardcore dass die hier die gleich aufstehen zu einem beschädigten rahmen ein paar dicke treffer und die scharniere könnten sich lösen das ist unglaublich von das ist unglaublich du hast keine chance du bist sofort ist es hilft mir jetzt kommen wir auf die grabsteine hallo grabsteine gravestone 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 schnarchen bevor sie ihr ziel treffen nämlich uns haben die karte wieder zur sonderschule schnappt sie und schäuert sie gegen irgendwas ja alternativ das können wir machen aber wie sie haben hier noch ein paar andere probleme das sind nicht die einzigen probleme das ist ja das probleme der sache das ist ja alles nur probleme das ist ja die welt so muss man auch überlegst du ja aber das ist das problem muss man auch über die schnarchen und schnarchen so noch einer noch eine noch ein alter kann ich gar nicht gucken freunde danke ja pass auf pass auf pass auf die schießen richtig hardcore was sollten da machen freunde also ich habe das erst mal wirklich glück geschafft aber wir haben schon zwei irgendwie ausgemacht ist gar nicht dass man auch hier kollege danke fürs mitmachen bei der party das war keine party als das letzte scheiß ich weiß nicht vor nicht ich muss man brennen aber ich weiß nicht wie es geschafft habe ich weiß es wirklich nicht weiter was mich gerade bei haufen fahren hier hilft mir mal jemand ja von wegen wir können diese tore auch umreißen hey ray haben wir eine kette oder winde für dieses ding wir haben schlagen abenteuer tour geplant mit dem ektor 1 wir haben schön okay kumpel das tor mit dem schnapp an die stoßstange ich reise es um okay gut noch ein bisschen mehr nur um sicher zu sein das ist echt schön hier lang gentlemen danke gut gemacht ja fahr mich um vincent fahr mich um das ist nicht ob der unsere gute idee wäre der weg ist doch der lustige teil aber ich bin echt ich bin echt im arsch ist es ist ganz schrecklich das ist irgendwie total wir sind wir sehen uns mut an war vorsicht diese matrix wird immer instabiler sieh dir das an das ist unser nächster stopp was achtung selbes vorgehen wie zuvor hängt mich wieder dran ich übernehme das genau die schnappe er hängt heißt ich muss wieder hängen hat um das dass das war der falsche knopf das ist entschuldigung dass er tut mir leid und so hier und noch mal bewegung vorsicht zumindest haben die schnappe gehalten mein fehler und verrechnet winston winston da wieder blockiert aber richtig pecto 1 es ist hart im nehmen aber das war hart kriegst du es wieder zum laufen ne mist darauf müssen wir erstmal verzichten jungs ich lasse es nicht gern einfach so zurück ich auch nicht ich weiß die gegend hier wird echt übel aber wir müssen weiter schätze von jetzt dann laufen wir ein paar von uns sind schon gelaufen das kann man wohl sagen und die waren und es war nicht ihr freundlich was 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 ist jetzt schon los ich muss wir werden uns bestimmt noch wünschen wir hätten diese super schnappe ja aber wenn das ding kaputt ist es kaputt wo die die kollegen hatten wir schon auf dem friedhof nachzudenken du wirst du wirst gleich mit sich hätte wenn ich hier vor ich kenne euch doch jetzt gucke ich mal den kollegen ja über dir so okay falle 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 ich muss jetzt meine frage die verdammten grabstand ist schon wieder stark das war ein versehen das war jeden fall ein versehen das war sowas und versehen das ist kann man sich ja komm her und sagt mir ins gericht es ist wahn versehen tut mir leid falle da ist es sich eine falle hinter sich die falle bis pittsburg was maurig wird so ist er noch nicht drin wieso ist denn da habe ich ihn gar nicht gefangen die größten sind am wichtigsten komm 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 das ist fantastisch wie ein monster match wir reißen das ganze mausoleum ein hier kommt gegen die rein hier rein genau 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 rein 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 cool hier kommt noch ein bisschen auch da wieder ein paar penner okay 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 das tut ihm weh das wollen wir hoffen das ist ihm gut wo ist der falle halt die fresse ich muss ja ein geister fange es ist im geister fange rein 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 genau so geht ja der blut der hat's gemacht spiel konzipiert sich nicht ihr freuen mehr ich schmeiß hier nochmal eine falle hin das ist eine falle war falle war okay was was bitteschön sieht an mir nach geist aus ja das habe ich mich gerade auch gefragt Kollege aber ich bin mal für das gesetzten spiel sagt siebensbäcker jetzt kommen wir schon die anderen das ist identifiziert die kultisten und konzentriert euch auf die sie schützen das mausoleum okay 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 entlüften wer entlüfte wer ist hier was was moment okay mach die schlappe stelle fertig okay okay ich habe ihn im griff ich auch ich auch ich auch wo ist die falle jetzt kommen diese bösen diese komischen engel wieder bis auf die schießen auch scharf wieso gehen wir nicht in die falle alle gehen in die falle in die falle in die falle go in the trap 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 dieser geist ist so gut wie hin ich habe gewusst dass du wenn ich jetzt kollege ich habe es gewusst ich habe es gewusst ich habe es gewusst wirklich entlüften jetzt sehe ich es auch und wo sind die schlüssel hallo hilfe großes auer großes auer das sind zwei davon hey freunde freunde moment ja oh können wir drüber reden ja von wegen nichts wie raus hier pass mal auf ok schmettern schmettern ich weiß ja nicht was ich da gerade schmetter aber da links von dir lauf wut fack 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 komm 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 schieß den dicken platt schieß den dicken platt Dicke, 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 dicke. Au, au, au. Das bedeutet Ärger. Okay, pass mal auf, jetzt kommen diese verkackten Tumsterns wieder hier. Weg da, weg da, weg da. Gibt da einer? Ah, okay. So, das ist meine Fall. Die hätte ich gerne wieder. Nun, weil... Hier sollte er ein bisschen so. Ich glaube, wir müssen... Das sind die Dinger jetzt, glaube ich, hier, ne? Moment. Hä? Ich glaube, wir müssen hier entlüften, entlüften, entlüften. Sind das die Schlüssel? Äh, 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 äh. Die sehen auch immer so mystisch aus, ne? Heinz, du nicht, du nicht, du nicht, du bist so... Wir müssen uns etwas ausdecken. Benutzt den Kopf, Kumpel. Nee, sieben ihre Köpfe. So, das sind auf jeden Fall so Dinger. Die sind am Leuchten. Die ist auch irgendwas am Leuchten. Wo, wo, wo hab ich's... Hab ich jetzt irgendwo weggeschleift? Hey, ihr kommt nach mir Ärger! Ah, okay, pass mal auf, mir Ärger kann ich mich aktuell nicht kümmern. Wo ist die Wendung hin? Dick umsuchen! Boah, Freunde, hallo! Ihr Fingernagel kaputt und bla bla bla, äh. Okay, da liegt einer. Okay, das... Das ist halt übersummt hinten. Schaffst du! Ah! Au! Sieh nach hinten! Die müssen hier irgendwie rein. Hab ich den jetzt... Oder kommst du mit dem Schleimstabber vielleicht mal anders? Wir müssen uns etwas ausdecken. Benutzt den Kopf, Kumpel. Nee, benutzt Ihre... Oh, fuck, fuck! Ist der drin? Der muss noch mal hier zwingen. 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 Okay, dann nochmal zwingen. Fuck. Oh, wie ein kleines... Ich hab das ehrlich gesagt vergessen, wie das ging. Oh, hier... Moment. Nee, benutzt Ihre Köpfe. Schleimstabber. Da. Ah! Okay, es war doch mit dem Schleimstabber, okay. Erstmal auf Schleimier, dann komm mal her. Zwingen. Erstmal her. So, wuppdiwappdi. Und dann, Kollege. Na, komm, 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 komm. Zwingen. Na los, komm. Du schaffst das, du schaffst das. Oh, ja, los, immer weiter. Gib's ihm. Ich hab jetzt erstmal keine Zeit. Ja. Komm, 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 komm. Und dann ausdecken. Benutzt den Kopfkumpel. Nee, benutzt Ihre Köpfe. Der Neuling hat da was. Der Neuling hat da was. Wer denn sonst? Ihr seid doch zu blöd für alle Sitzung. Kack, zu blöd, Freunde. Es rambelt, es rambelt ganz schrecklich. Es ist ganz schrecklich am Rambeln. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist ganz fürchterlich am Rambeln. Und die Folge ist beendet. Und ich steppe tausend Tode, Freunde. Also ich, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nähern uns jetzt den Riesenschritten dem Ende. Aber das wird noch ein bisschen dauernd. Wir müssen noch einige kämpfen, müssen wir noch absolvieren. Aber das kriegen wir hin. Liebe Leute, in diesem Sinne ab. In Ihren Freunde, haltet euch vergatschaut. Schaut euch euer Schleimstabber. 45, ich bin durch. 45, ich bin durch.